ja joh 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 leute und hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren aufnahme im warframe wieder zusammen mit marcus und futura juhu bisschen springen moment moment gleich noch nicht los rein noch nicht los rein ich komme ich komme ich komme noch zwei sekunden und und jetzt geht's los jetzt kannst du es gehen macht futura ich schaffe okay lassen wir zu uns und sabotage ziehen wenn man die gefangenen haben ja oder gefangen haben ach komm ich wollte von hinten weg ich weiß schon will nicht was meine mission ist ich auch nicht ich schon ich muss meine erste fähigkeit für einsetzen die mission habe ich nicht ich weiß nicht mal was ich hab ja auch scheiße die wandern ich bin echt zu doof für das spiel manchmal ist alles zu doof fuck you ihr looted nicht mal mehr habt ihr kein bock mehr drauf oder bringt das nix das sabotage zieht mal kurz recht ja am arsch geteckt ja ich möchte immer noch so ein bisschen rum wir kommen wir kommen marcus hat sich schon aufgeräumt ok ab doch du da ist noch ein rom wieso aufräumenden zahlen war ich ja noch nicht doch noch Pistolenkills muss ich nicht machen Nahkampfkills muss ich nichts machen da oben sind welche da oben sind welche hier unten sind welche Pistolenkills stimmt das kann ich mal ausprobieren nö die muss ich auch nicht machen Nahkampfkills nicht Gewehrkills nicht erste Fähigkeit nicht was muss ich denn da machen ich weiß es auch nicht das muss ich nicht er hat sich zwei 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 beim vorbeilaufen abgeschleppt oder so ja lass das mal hier lang aber mir dann näher sind da runter oder ich bin dort heute ich auch da müssen wir töten oder jetzt gefangen das hier ist jetzt gefangen name ach so ja davon ist einer garante müssen wir holen rechts ja da rechts rein du musst ihn zum boden schießen und dann mitnehmen ein schieß wo ist er denn weiter was hat er das da ist er ja hast du ihn heute ja ich habe ihn kann ich nicht rein kann ich nicht rein f f target captured andere richtung looten ja ok das ist das ist das 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 macht du kannst du fliegen du bewegst dich total behindert ich glaube du wachst ja aber du hast ja auch voll lang zum laden gebraucht vielleicht packt dein internet gerade nö nö oder bist du hinter mir wer ist hinter mir ich aber guck du mal Sven an der läuft immer noch mit einer Hand vor rum oder bei dir nicht er ist ganz normal bei mir echt bei mir nicht ich bleib da stehen er ist auch er hat sich gemutet er hat sich gemutet er hat sich gemutet er hat sich gemutet achso sorry hatte gerade einen tustenanfall achso ich stünde ein bisschen noch krank ja ich bin noch krank kranker scheiß los 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 holen euch was heißt loot sind wir überhaupt richtig? ich glaube schon der ist irgendwo unter uns dann gehen wir hier mal runter hier unten wette ich da rüben weißt du oh ja doch finde eine mod ich habe meine mission abgeschlossen na super ich weiß immer noch nicht was meine mod ist ja schau ich sorge zumindest dafür damit ihr euch schnell bewegen könnt ist doch schön marcus hackt du marcus hackt du nein ich hack es marcus hackt doch schon hinter uns ja aber ich habe es nicht ja aber ich habe es nicht wo ist denn irgendwo weiter hier unten hier die freien meinst du auch hast du ihn? nein aber antworten dann warte doch mal jetzt ich schieße alle auf mich mhm ich sieß oder kann abhauen oder was ja ich hab dir den balkon frei gehalten na scheiße erstmal reinhubsen jetzt fliegt tuto bei dir durch die jährige ja, bei mir auch dann ist euer internet buggy oder deins, weil du hast mich fliegen sehen und jetzt hast du beide dich jetzt schwirrt Sven bei mir rum ok, vielleicht wagt auch Warframe das wäre auch meine Möglichkeit, dass das Spiel schon schuldet nein, das war es auch nicht das ist auch down das ist einfach, was völlig gemettel ist ich gehe die ganze Zeit mit Speed als Droge ich will mir einfach warten, wenn wir vorbeirennen und hinter uns vor uns umbringen geil, 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 geil habt ihr sie? ja ich will wissen, was das für eine Fähigkeit ist ja, das sind mir schon klarer Zeit irgendwie so habe ich den ersten besiegt, weil der war ziemlich stark, sonst wäre ich wahrscheinlich verreckt Speed also ich bin dann, ja ich bin gleich wieder ja, ich war hier wartet ich komme ja schon hier ist noch Loot das war jetzt eine Folge, oder? ja ja gut ne weil ich jetzt kurz aufkam, muss deswegen mission complete so ich habe mal wieder schön dominiert Toto war die ganze Zeit hinten und hat darum keinen Schaden bekommen ja, klar ja und damit Leute würde ich sagen, sehen wir uns dann auch schon wieder in der nächsten Folge von Warframe und bis dahin würde ich sagen, Servus und Ciao Ciao